Moin moin YouTuber, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Let's play! Pokémon GO wollte ich gerade sagen. Nein, Quatsch! Minecraft Pixelmon und wir hatten uns in der letzten Folge hier, oder ich hatte mir noch hier ein bisschen Essen gebraten. Ich habe die letzten Dinger gekloppt, den Amboss eingepackt und da hat jemand einen kleinen Stein auf dem Kopf. What the fuck? Na? Ich dachte, ich dachte, die Charnera sind immer die Pokémon. Naja, lassen wir das. Okay, wir wollten am besten... Ich guck jetzt mal da unten hin, weil da die Kamera für Dings war, für Protokass. Weil da oben muss ich durchhinkommen. Ähm, wir wollten am besten irgendwo hin, wo keine Wüste und keine Savanne mehr ist. Und dafür würde ich einfach sagen, gehen wir jetzt nochmal random in diese Richtung. Weil ich natürlich nicht mehr weiß, aus welcher Richtung ich gekommen bin und es lag gerade wie scheiße, warum auch immer. Und vielleicht finden wir... Oh, da ist was cooles. Ich frag jetzt auch was cooles. Das ist ein Hypno. Okay, wir gehen ein bisschen langsamer, damit da ein bisschen die Viome nachladen kann. Auf jeden Fall ist es ganz cool, dass wir überall diese Georocks sind. Hypno, Hypno. Na, heute schon ein Kind entführt? Level. 47, gut. Das Thema lassen wir dann auch mal ganz schnell wieder. Ah, das sieht jetzt schön aus. Aber da hinten ist da Wanne. Das ist schon mal lame. Lame, 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 lame. Ähm... Desto trotz könnten wir da mal vorbeigehen. Mir kommt das so vor, als wären wir da noch nicht gewesen. Könnten wir vielleicht daran erkennen, ob wir da schon den Glowstone abgedingst haben. Doch, da waren wir schon. Das ist da, wo die beiden ganz nah beieinander waren. Aber wir könnten eigentlich mal in die Höhle gehen und nach Redstone suchen, ne? Ähm... Da brauchen wir da mal so ein Ding hin. Goldini? Hier irgendwo? Wir haben jetzt zum Glück hier unsere gute Spitzhacke. Trio. 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 Also wir müssen hier außer Auffassung bringen. Gaben uns Gabel irgendwo nachher nach Wasser an. Ich will auch jetzt nicht unbedingt so viele Ressourcen mitnehmen, weil so viel Platz haben wir gar nicht. Trio. 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 Ich habe meine viele Ressourcen mitgehalten. Die fünf Half-Points können wir da vorne noch mal kurz im Focus Center anhalten und dann machen wir das da am besten, so on the fly mäßig. Bis jetzt wird das Spiel noch nicht langweilig, finde ich. Es gibt auch immer noch einiges, das man immer noch so erkunden kann. Und würden wir mal andere Biome finden, so Eiswelt, Eiswelt wäre richtig cool, würden wir auch mal was ganz ganz Neues finden. Und da würde ich mich persönlich am meisten drüber freuen. Und ihr vielleicht auch, könnt ihr mir in die Kommentare schreiben. Ah, wir nehmen mal den Klaus und das mit. Ja, der wurde ausgeraubt. Und ich mach das auch selber, ich mach dich gar nicht erst an. Ich kann nicht essen, weil das nicht hier bin, okay. Schreib jetzt! Schreib jetzt! So, kurz mal. Und dann mal die Baked Potato, das hält mir nach vor. Oh, ist noch ein Dorf. Drei Dörfer auf einem Haufen. Dörfer sind. Oh Gott, hast du den lassen zu. Nee, da ist ein anderes drauf. Der scheint mir ein anderes zu sein. Also hier scheint ja eigentlich der Bär zu steppen. Und da ist ne Savanne und das finde ich nicht gut, weil Savannen haben wir schon so viele gesehen. Ist hier vielleicht ein cooles Pokémon? Irgendwas besonderes? Goldeen! 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 Kondition! Water Gun. Halt! Weil ich meine, wenn wir gar nicht in ein anderes Biom gehen, kommen wir auch nirgendwo anders hin. Wenn das denn ergibt, was ich gerade gesagt habe. Ich wurde mal gefragt, womit ich aufnehme. Also hier das Mikrofon kann es ja kaum sein. Nein, es ist... Das Mikrofon. Das hat einen Grund, warum ich da so einen Popschutz vor ist hier. Oh, wie brava. Mein Bruder. Aber zu hohes Lab. Nein, nein, lass mich mal holen. Nein, nein, lass mich mal holen. Nein, das ist nicht so ein Öffenbett. So. Das ist schon mal was anderes. Aber ich glaube, dass... Oder zählt das als normales... Gibt es da für ein Special Biom quasi? In Pixelmon, ich weiß es gar nicht. So, es embedded sich da gerade ein Tauros mit einem Arbok. Ich möchte gerne beide Pokémon haben. Vor allem möchte ich das Tauros haben. 35, gut. Das Thema lassen wir dann mal. 36. Ist schon ziemlich cool. Eisen. 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 Gut. So, wir gehen... Wir brauchen immer noch Redstone, um das andere Scheiß-Thing zu bauen. Das ist glaube ich kein Eisen, das müsste Aluminium sein. Wenn das so schwer abzubauen geht, ist das aber auch gut. Aber Eisen brauchen wir halt auch für die Scheiß-Kappen, wisst ihr? Ne, was ich meine. Das ist Eisen, das ist das andere Aluminium gewesen. Also für diese Pokéball-Unterseiten. Waren das Unterseiten? Ja, ne? So, ignorieren wir das ganze Zeug mal kurz. Dass ein Kristall, der so bis aussieht. Ach, scheiße. So, mit euch zur Liebe baue ich den Rest nicht ab. Weil ich wüsst, wie lange... Weil ich wüsst, wie lange, weil ich ihr Bauen findet. Nein, weil ich weiß lange, welche Bauen findet. Oh, das Terrors kommt hier nicht raus. Um hier den Weg rausbauen. Was kommt das mal raus? Die sind doch wegen... Oh. Oh, gar nicht gut. Uh. Mama. Wir konnten weglaufen. Jetzt hab ich vergessen, wo ich gekommen bin. Ha! Ich bin so ein geiler Typ ohne Schwester. Dafür lange kann ich gerade gehen. Ah ja, das sieht gut aus. Oh, hopp. Kangamma. Dodri. Chlobdiddlydorp. Oh, geile Sichlor! Vielleicht ist er wieder etwas. Lass mich sehen. Scheiße. Sichlor war so aus der ersten Edition und mein absolutes Lieb. Vom Design her absolutes Lieblings Pokémon. Das ist ja schon ziemlich cool. Wahrscheinlich werden die zu hoch sein für uns. Oder? 30. Ich bin schwach. Leider bin ich mit... Typ, äh... Blatt ja auch noch schwach. Warte, 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 das sind Lapras. Das war ein Lapras. Das war ein Lapras. Ich bin mir sicher, dass das ein Lapras war. Oder ich bin blind. Kann aussehen, dass ich blind bin. Das sind Lapras! Genau, als ob hier Lapras sind. Welches Level sind das? Passiert man das? Jetzt kann ich nicht versiegen. Ich möchte dich aber haben. Oh Mann. Wenn ich selber bist du... Ah, das ist einfach auch so ein geiles Pokémon, ne? Und da unten schwimmt so ein Mantax. Nein, das ist die Spawn. Nein! Nicht aus der Spawn-Reichweite schwimmen! Lapras sei lieb! Lapras sei lieb! Lapras? Lapras? Das red ich um. Lapras macht putt 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 lapras. Es kann ja nicht wahr sein, das trollt mich doch das Viech. Davor das sind Krabbis, ne? Und ne Wingull. Und ein Pelipper. Alter, was ist das wie cool? Lapras, das trollt mich. Das fang ich. Level 24, das fang ich. Mach schon. Okay, vielleicht ist Lapras nicht... Achso. Ja, das dachte ich mich schon fast. Wir haben nur Pokémon, die da eine Schwäche gegen haben. Das ist doch scheiße. Ohhhh. Der Mensch. Wir suchen noch mal an. Äääh, schaffen wir nicht ne? Pornita ist halt auch schwach dagegen. Aber wenn wir einmal Stomp durchkriegen wir das schön. Aber ne, gegen Ice ist ja gar nicht schwach. Aber wir können nochmal Stomp machen. Alter, ja. Ja. Oh, Mann. Wir werden versuchen noch eine Attacke durchzubekommen. Wir nehmen Rollout, das ist zu gefährlich. Wir nehmen Tackle. Wie das schwimmt, aber so ein schwimmender Stein. Oh, ein Lebensmutter. Wir werden einfach mal einen Hyperball werfen. Lapp, 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 Lapp. Okay, es ist instant frei. Na ja, gut. Ah, Scratch. Alter, ist das brutal, ey. So, da das One-Hit ist, muss ich jetzt zum Hyperball nehmen und das muss drinnen bleiben, sonst haben wir verkackt. Ja, ne, keine Chance. Fuck. Ein ganz gutes Problem, denn hier ist kein Focus Center. Doch, da hinten ist ein Focus Center. Oh Mann, da sind die Lappras hier weg. Oh Mann, wo? Oh, das Lappras hat uns gerade richtig hart, ähm... Ja, ein bisschen auseinandergenommen, aber nur ein bisschen. Hey, Magma. Stampe. Ach, schade. Oh Mann, Magma. Magma, hier ist im Weg. Magma steht im Weg rum. Ist da wieder ein Ember? Alter, wie viele gibt's denn davon? Können wir nicht mal anständige Feuerscheiter finden? Das ist der schlechteste Feuerscheiter, den ich kenne. Zumindest vom Design her. Dann gib mir wenigstens Glurak oder... Nein, wenigstens. Oder die Logok oder sowas. Irgendwas cooles hält. So. Ab jetzt das Focus Center. Dann würde ich sagen, versuchen wir am nächsten Tag nochmal einen Lappras zu bekommen. Das ist die Folge ein bisschen kürzer als sonst, aber wir haben ja wenigstens den Abgang gemacht. Wenn wir hier ein Focus Center überhaupt irgendwo finden. Vielleicht. Das ist doch kein Focus Center, doch. Nö. Hat das einfach nicht. Wieso ist hier ein Sand-Tempel eingegraben? Das hat einfach keinen Focus Center. Das muss ich noch einen Dorf weiterlaufen. Hallo, Kamerauts. Wollen wir mal auf die Reiten? Nö. O.S.B.D.B.D.B.Gonzalez. Ich sehe so eine Minecraft-Funktion, wenn man an diese Blöcke automatisch hochlaufen kann, ne? Ich kann mich damit nicht so richtig anfreunden. Was bist du denn? War das gerade ein... Ich hab den Namen vergessen, scheiße. Äh. Ist da ein Trainer drauf. Tests für deinen neuen Trainer. Ist das jetzt hier auch kein Pokémon Center? Das kann nicht wahr sein. Was ist doch da? Ich werde trotzdem gleich einfach zu der anderen Seite zurücklaufen, weil ich sonst vergessen werde, wo ich hergekommen bin. Weil ihr kennt mich. Poketmonstras heilen. So. Gut. Dann fressen wir mal ganz kurz voll. Ne, das wollte ich eigentlich nicht machen. Ah, da war das. Das können wir mal da reinpacken. Steg. Steg. Und hier können wir mal Scheiße reinpacken, die wir gefunden haben. Der Rest ist alles... nützlich. Gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und bis... Denn... Was ist denn da los? Spielen die Räuber und Schandarren? Wie geil ist das denn bitte? Ja. Gut. Für alle, die noch dran geblieben sind. Gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi Li. Take. Porque es dabei ist dir ein paar Mal.